Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe. Heute geht es weiter mit der MNIST Datensatz Handerkennung. Hier nochmal kurz der Datensatz, den wir hier verwenden. Der ist zum Glück schon komplett mitgeliefert in PyTorch. Das heißt, wir mussten hier nicht wirklich viel machen und konnten hier relativ simpel auf Dinge zugreifen. So, jetzt wollen wir heute das Netz schreiben und dafür brauchten wir schon diesen Trainingsteil hier unten. Was wir als allererstes machen wollen, ist, wir wollen hier ein Netz definieren. Ein Model ist gleich Netz. Und dann sagen wir hier noch, wenn wir die Grafikkarte benutzen, falls ihr sie nicht benutzt, dann könnt ihr es auch gleich lassen. Das heißt, wenn ihr die Grafikkarte nicht benutzt, könnt ihr diesen Aufruf hier lassen. Ihr könnt natürlich weiter mitprogrammieren. Okay, so und das ist jetzt der Teil, der sozusagen klar ist. Jetzt müssen wir natürlich hier noch die Klasse Netz schreiben. Klasse Netz, die wieder mal von unserem nn.module erbt. Das heißt, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die letzten paar Male, beziehungsweise an unser letztes neuronales Netz. Da war das genauso. Das ist unser Netz und das erbt immer von nn.module. Wir brauchen hier jetzt auch die Init-Funktion. Init. Und wir werden uns jetzt hier die Flat Features sparen. Das heißt, wir werden uns hier ein bisschen Aufwand ersparen. so ein bisschen und nur die Forward-Funktion noch reinstecken. Forward, Self und X. So, und ja, da machen wir auch erstmal einen Pass rein. So, jetzt sollte das Ganze zumindest ohne Fehler irgendwie funktionieren. Jetzt können wir hier zumindest mal alles machen, was wir machen wollten. Okay, so, jetzt große Preisfrage. Wie sieht unser Netz aus? Und da habe ich selber einfach mal ein bisschen rumprobiert, denn ja, man kann wirklich nicht einfach so sagen, hey, das ist jetzt genau das muss das Netz sein, sondern man sagt halt, okay, ich probiere es mit denen wir hatten. Wenn es nicht klappt, dann probiere ich es mit ein bisschen anderen und dann schaue ich, in welche Richtung wird es denn besser. Und das ist wirklich alles, was ihr hier machen müsst. Ihr müsst wirklich einfach nur ausprobieren. Also, basteln, klar, müsst ihr das Ganze trotzdem noch, aber der meiste Aufwand ist nicht das Schreiben von dem Netz, sondern das Optimieren. Sprich, ob ihr jetzt hier 0,1307 schreibt oder 1,407 oder sowas. Klar, solche Dinge, also jetzt nicht unbedingt in dem Fall, aber halt solche Parameter muss man wirklich feintunen. Und das kann sehr, sehr lange dauern, denn man muss jedes Mal auch sein Netz trainieren und das kann schon echt nervig sein. Okay, aber fangen wir an. Wir müssen natürlich als allererstes mal den Parent Constructor aufrufen. Das heißt, wir sagen hier Netz und Self und können hier die Init-Funktion wieder aufrufen. So, jetzt, was genau ist unsere erste Schicht? Naja, wir haben Bilddaten, das heißt, wir machen als erstes eine Convolution-Schicht. Was ist eine Convolution-Schicht? Nehmen wir an, ihr habt ein Bild und daran werden wir uns orientieren. Das ist unser Bild. So sieht unser Bild aus. Also, wenn ihr eine detailliertere Erklärung haben wollt, dann schaut euch bitte meine Neuronale Netze-Playlist an. Die Videos setze ich hier jetzt einfach mal ganz frech voraus. Genau. Convolution bedeutet jetzt in dem Fall, wir kompressen das Ganze. Also, das hier soll jeweils ein Pixel sein. Und klar, ein Bild hat normalerweise deutlich mehr Pixel als 4 x 4. Normalerweise habt ihr 1920 x 1080 oder sowas. Also, wirklich große Bilder. Und was ihr jetzt hier bekommt, ist folgendes. Ihr habt jetzt hier diese Pixel und die könnt ihr irgendwie zusammendrücken. Das heißt, damit ihr nicht wirklich jedes Mal 16 Neuronen haben müsst für dieses kleine Bild, was ja schon recht viel ist, beziehungsweise mehrere Millionen Neuronen für ein Full-HD-Bild. Deswegen gibt es eben diese Schreibweise oder diese Art und Weise, was man hier machen kann, nämlich Convolution-Schichten. Das heißt, ihr fasst diese 4 Pixel zusammen. Das nennt sich dann eben Kernel. Der Kernel ist 2 x 2, weil er 2 oben und 2 unten nimmt. Dann hier 2 x 2 Kernel und hier 2 x 2 Kernel und hier dieser 2 x 2 Kernel. Also immer 4 Pixel auf einmal werden halt zusammengefasst sozusagen. Und das macht man mit einer Convolution-Schicht. So, diese Convolution-Schicht findet ihr unter nn.conf2d. Und ja, jetzt braucht ihr natürlich ein paar Parameter. Wir sehen es hier schon, In-Channels, Out-Channels und Kernel-Size ist erstmal verpflichtend. Was ist In-Channels und Out-Channels? In-Channels bezeichnen, wie viele Bilder ihr reinsteckt. Das hört sich jetzt erstmal bescheuert an, aber Out-Channels bezeichnet auch die Anzahl an Bildern, die ihr wieder rausbekommt. Das bedeutet, ihr habt, klar, beim ersten Mal nur ein Bild, was ihr reinsteckt, aber normalerweise geht man mit den Out-Channels krass nach oben. Das heißt, 3 oder gar 5 oder sogar manchmal 10 Out-Channels, die ihr hier wieder rausbekommt. Und das ist ziemlich heftig, weil man damit natürlich auch, ja, so ein bisschen mehr denkt zumindest. Man hat mehr, was man tun muss, aber man hat eigentlich gar nicht mehr, denn die Bilder werden deutlich, deutlich kleiner. Das heißt, wir fassen sozusagen diese Bilder zusammen, haben aber danach mehr Channel, als wir eigentlich hätten. Man steckt hier auch wirklich Farbbilder ganz normal rein, also wenn ihr irgendwie mit Farbbildern arbeitet, hier trotzdem nur eine Schicht oder sowas und dann halt von mir aus drei Schichten, damit es erstmal die Farben lernt aufzuteilen, also auf R, G und B und dann vielleicht noch weitere Schichten. Also, ja, ihr habt normalerweise wirklich deutlich mehr Output-Layers als Input-Layers. Das ist so die Grund-Faust-Regel sozusagen. Also 10 Stück sind hier wirklich in Ordnung und dann können wir hier die Kernel-Size auf 5 setzen. So, das heißt, es werden immer 25 Pixel zusammengefasst und auf einen weiteren Pixel in den Output-Dingern hier abgebildet. Okay, so, danach noch eine Convolution-Schicht, Conf2 ist gleich nn.conf2d, das kennen wir ja jetzt alles. Und ja, jetzt müssen hier natürlich die Input-Channels gleich sein, wie hier die Output-Channels, das dürfte klar sein. Und jetzt machen wir einfach 20 Output-Channels, selbe Kernel-Size, ihr könnt aber gerne einfach ein paar Parameter ändern, ausprobieren. Vielleicht macht ihr hier auch nur 5 und dann macht ihr hier mal nur 5, macht vielleicht noch eine Convolution mehr oder setzt sogar hier auf 20 direkt und macht hier eine Kernel-Size kleiner oder sonst irgendwas. Probiert das Ganze einfach aus, spielt damit rum, das ist wirklich das, was dann am Ende die Erfahrung so wertvoll macht, würde ich mal so behaupten. Also, dass man da selber einfach ein bisschen ausprobiert. So, Conf-Dropout habe ich jetzt meine nächste Schicht genannt. Das ist eine Dropout-Schicht. Was bedeutet Dropout? Naja, sagen wir mal, also jetzt als kleine Analogie, weil neuronale Netze so ein bisschen am Gehirn zumindest orientiert sind. Ihr lest ein Buch. Okay, dann ist jeder, jedes Wort ist tatsächlich, nehmen wir einfach mal an, ein Pixel. So, und habt ihr danach noch alle Wörter im Kopf, könnt ihr danach noch das Buch wortwörtlich wiedergeben. Wahrscheinlich nicht, außer ihr habt ein ziemlich geiles Gehirn, was ich ganz gerne mit euch tauschen würde. Aber wahrscheinlich könnt ihr das nicht. Und deswegen gibt es auch bei neuronalen Netzen Dropout-Layer, um zum Beispiel, sagen wir mal, Also, nehmen wir jetzt einfach mal an, ich habe ein Bild vor mir. Und ich, ja, ich kann mir logischerweise nicht jedes Pixel merken, aber ich weiß immer noch, was auf dem Bild drauf war, so ganz grob. Und dieses Wiedervergessen von einzelnen Pixeln, das passiert bei dem Dropout. Hier könnt ihr angeben, wie viel soll denn eigentlich vergessen werden, zum Beispiel. Okay, und das muss natürlich auch gemacht werden. Also, es hat einfach bessere Ergebnisse, deswegen macht man es. Damit das Netz eben nicht auswendig lernt. Das ist wirklich super gut, wenn euer Netz auswendig lernt, dann schmeißt ihr einfach ein Dropout rein, dann vergisst euer Netz immer mal wieder was. Und dann muss es sich eben anstrengen, um das Ganze besser zu lernen, sozusagen. Okay, und nach convolutional Schichten macht man normalerweise immer sogenannte Fully Connected Layers. Das heißt, das sind ganz normale Layer, also ganz normale, normale neuronale Netze, Deep Layers sozusagen. Die machen wir einfach als Fully Connected 1 und Fully Connected 2 machen wir da. Das ist einfach ein ganz normales Linear Layer mit, ja, jetzt hier natürlich die Frage, wie groß sollen meine Layer werden. Das ist ein ganz, ganz großer Fall. Ich gebe euch jetzt hier einfach mal die 320 vor. Ich zeige euch aber gleich, wie ich draufgekommen bin. Ich habe jetzt hier einfach auch nur 60 genommen, also mal 60 genommen. Das ist aber wirklich eine Zahl, die könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt auch 70 nehmen oder 80 oder 100 oder 50 oder 20 oder sowas. Ich habe jetzt hier 60 genommen, weil ich es kann. Und dann self.fc2, also Fully Connected 2, ist gleich nn.linear. Und das Ganze hier. Logischerweise hier dieselben Input Features, wie ihr hier Output Features habt, weil ihr den Output von der Schicht hier wieder reinstecken wollt. Also das dürfte mittlerweile klar sein. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. So, und hier die Outputs. Wie viele brauchen wir bei den letzten Outputs? Naja, überlegt mal. Was wollen wir denn machen? Wir wollen sagen, eine Zahl ist eine 0, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine 7, eine 8 oder eine 9. Das heißt, wir haben 10 Möglichkeiten. Und deswegen sagen wir hier, wir haben genau 10 Outputs. Okay, dürfte klar sein, denke ich mal. Und das ist auch schon unser Netz eigentlich, so von den Schichten. Jetzt müssen wir logischerweise noch den Forward Pass haben, damit da auch was läuft. So, der Forward Pass ist nicht ganz so einfach, wie man es jetzt vielleicht denken würde. Der erste Schritt ist logischerweise, also X sind unsere Input Daten, also unsere Bilder erstmal. Das dürfte klar sein. Als Tensoren sogar umgewandelt schon, müssen wir nichts mehr machen. Was wir jetzt hier machen müssen, ist, wir brauchen Convolution Schicht 1 und stecken da unsere Bilder rein. Das ist easy. So, jetzt müssen wir Aktivierungsfunktionen reinpacken. Und normalerweise bei Convolution Schichten hat man immer ein Pooling Layer. Das heißt, wenn ihr genaue Informationen wollt, dann schaut euch da bitte auch wieder meine Neuronale Netze Playlist an. Das werde ich jetzt hier einfach mal so voraussetzen. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal einen Max Pool und stecken hier auch den Input wieder rein. Und eine Kernel Size. Die Kernel Size ist 2 wieder mal. Ich könnte ja auch einen anderen Wert benutzen, aber ich habe jetzt hier 2 verwendet, weil das eigentlich auch ganz gut ist. Ich habe da irgendwo ein Beispiel gefunden für den MNIST Datensatz, was so gute Werte sind. Und habe mich grob zumindest an den orientiert. Okay, dann was machen wir als nächstes? F.RELU. Warum RELU? Also Rectified Linear Unit ist das Ganze. RELU bedeutet, wir haben, ja RELU ist einfach wirklich gut für Convolution Schichten. Das hat man einfach festgestellt. Das war auch wieder mal ein empirischer Wert, also ein Erfahrungswert. Haben andere Leute festgestellt, lass mal was anderes nehmen als Sigmoid, lass mal RELU nehmen. Und RELU ist deswegen ganz beliebt geworden, weil Google das gemacht hat. Wer hätte es gedacht? Okay, so. Das war die erste Schicht. Jetzt haben wir die Output Daten. Jetzt können wir die auch wieder reinstecken in unsere nächste Schicht. In welche Schicht stecken wir es denn als nächstes rein? Naja, in unsere Convolutional 2 Schicht, die wir hier finden oder auch da oben oder überall. Und ja, das ist eigentlich das. So, jetzt nehmen wir unseren Dropout und machen den vor dem Pooling Layer rein. Den können wir aber, ihr könnt auch gerne mal den Dropout zum Beispiel woanders reinstecken. Das wäre auch was, was man ausprobieren kann. Also ihr seht, viel mit ausprobieren, viel mit experimentieren. Halleluja. Ich habe heute einen Sprachfehler. Ja, offensichtlich. Und ja, der Dropout rein. Dann nochmal Pooling Layer und nochmal RELU. Und das ist auch erstmal schon alles, was wir brauchen. Also das habe ich jetzt einfach mal frech kopiert hier. So, und ja, jetzt sind wir soweit. Jetzt brauchen wir mehr Informationen. Und zwar diese Informationen. Welche sind das wohl? Naja, wir wollen uns die Size ausgeben. X.Size. Damit kriegt ihr ja bekanntlich die Size von einem oder die Größe von einem Tensor, beziehungsweise auch einer Variate. Und die wollen wir uns jetzt ausgeben. Und dann seht ihr, wie ich auf diese 320 gekommen bin, die ich hier oben schon angegeben habe, die ihr hier aber eigentlich noch nicht angeben müsstet. Ihr könnt das auch jetzt noch rauslassen. Habe ich nur schon mal der Vollständigkeit gemacht. Okay, und danach wollen wir exiten, weil wir es können, nee, weil wir tatsächlich hier jetzt erstmal gucken müssen, wie die Size aussieht und uns dann weiter informieren müssen. So, ich habe das Ganze jetzt mal gestartet. Sieht aktuell noch relativ langweilig aus. Ich pausiere euch mal. Okay, da bin ich wieder. So, wir haben hier eine Torch.Size 642444. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir jetzt hier 20, also erstmal haben wir 64 Bilder, weil wir eine Batch-Size von 64 hier oben angegeben haben. Das erste ist immer die Batch-Size. Die könnt ihr gedroht immer ignorieren. So, dann steht hier 20. Warum steht hier 20? Naja, wir haben 20 Bilder hier als Output festgelegt. Und die sind natürlich immer noch da. Das heißt, wir haben erstmal 20 Teilbilder und wir haben jetzt hier 4x4 Bilder. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr kleine Bilder, aber dafür 20 Stück. Das heißt, ihr habt sozusagen diese Handschriftbilder hier, also eins davon habt ihr jetzt aufgeteilt in 20 Unterbildern. 4x4, also 16 Pixel. Okay, jetzt wollen wir Fully Connected Layer verwenden. Und wie komme ich jetzt auf diese 320? Hat schon jemand eine Idee? Eigentlich ist es total simpel. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Taschenrechner. Wir haben 20 Bilder und jedes von diesen Bildern hat 16 Pixel oder 4x4 Pixel. 4x4 Pixel. Dann wird es noch einfacher. Dann sehen wir hier, wir kommen bei 320 raus. Joa, dürfte klar sein, wie ich dann auf diese 320 hier oben bei dem Fully Connected gekommen bin. Das heißt, hier einfach 320. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß unsere Bilder sind und was wir hier für eine Kernel Size genommen haben. Wenn wir hier eine andere Kernel Size genommen haben, dann sind unsere Bilder anders groß. Wenn wir hier eine andere Zahl als 20 genommen haben, dann sind unsere Bilder anders und so weiter und so fort. Also ihr müsst dann halt immer ausrechnen, was habe ich hier jetzt tatsächlich für eine Größe. Das muss natürlich auch einfach immer gemacht werden. Machen wir jetzt aber einfach oder haben wir jetzt hier quasi errechnet. Das heißt, wir brauchen hier diese 320. So, jetzt habe ich aber immer noch meine Größe in 64, die ignorieren wir, 20, 4, 4. Das kann ich nicht in eine lineare Schicht reinstecken. Deswegen gibt es jetzt hier was Neues für euch und zwar View. View ist super praktisch. Damit könnt ihr eure Daten einfach umformatieren. Das heißt, ihr ignoriert die erste Dimension und sagt dann, ich hätte ganz gerne 320 normale Neuronen. So, und das ist jetzt sozusagen die Art und Weise, wie ihr eure Neuronen oder euer Bild, eure Bilder, eure 20 Bilder, A4x4 umformatieren könnt, ohne dass irgendwelche Informationen verloren gehen. Das heißt, ihr sagt hier einfach, ich hätte das Ganze gerne als 320 Pixel, die direkt nebeneinander liegen und ignoriert diese Dimension und so weiter. So, und ja, dann haben wir hier eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt gehen wir her und machen das Ganze in unsere Fully Connected Schicht rein. Also Self.Fully Connected 1. Fully Connected 1. Und stecken da X rein. Und jetzt bin ich mal so dreist und mache hier eine Kurzschreibweise. Das kann man nämlich auch alles in einer Zeile machen. Machen hier ein Relu. Ein Relu draus wieder mal. So, okay. Und ja, was machen wir als nächstes? Wir stecken hier einfach wieder mal das Ganze in unsere nächste Schicht rein. Das heißt, wir sagen hier X ist gleich Self.Fully Connected Layer 2. Und wieder mal von X logischerweise. So, und jetzt wollen wir das Ganze zurückgeben. Und zwar, wie wollen wir es zurückgeben? Das ist jetzt sogar wichtig. Als Log Soft Max. Was bedeutet nochmal Soft Max für alle, die nicht wirklich meine andere Playlist geguckt haben? Soft Max bedeutet, wir wollen nur eins davon wirklich auf 1 setzen. Also einer der Outputs, die wir hier in X drin stehen haben jetzt, der wird auf 1 gesetzt. Nämlich der mit dem Allerhöchsten und alle anderen werden auf 0 gesetzt. Das heißt, es ist sozusagen ein Gewinner. Das ist immer das, was ihr macht, wenn ihr eine Klasse von irgendwas rausfinden wollt. Also eine Klasse, ob es jetzt eben hier 2 ist oder ob es eine 1 ist. Das ist sozusagen, wenn es eine 2 ist, dann ist das Neuron anstelle 3, weil 1, 2, 3 und so. Oder anstelle 2 besser gesagt, ist es halt jetzt auf 1 und alle anderen Neuronen zeigen 0 an. Und damit könnt ihr das Ganze klassifizieren. Super gut, jetzt haben wir das Ganze eigentlich soweit, dass wir trainieren können. Und das werden wir jetzt auch einfach mal machen. Dann können wir, ja gut, wir können es, wir können nicht sehen. Doch, wir können was sehen. Wir haben Outputs hier. In unserer Trainingsepoche können wir sehen, wie viel Prozent Verlust wir immer haben. Gut, schauen wir uns einfach mal an. Wobei ich euch dazu pausiere. Ich weiß nicht genau, wie lange es geht. Und es ruckelt immer so ein bisschen, weil logischerweise alles auf die Grafik gerade geschmiert wird und so. Gut, dann bis gleich. So, Training läuft. Es sieht wunderbar aus. Wir sind noch in der ersten Epoche hier 57%. Wir sehen hier auch schon das Loss. Ich gehe mal ganz nach oben. Wir sehen hier am Anfang hatten wir einen Loss, also einen Fehler von 2,31. Und der ist sofort rapide runtergegangen, direkt auf 1, irgendwas. Und da sind wir jetzt irgendwie ein bisschen stehen geblieben. Und dann auf unter 0,0. Hier sehen wir auch, wie viele Trainingsdaten wir insgesamt haben. Also 60.000 Bilder haben wir tatsächlich. Wir sind hier aktuell in der ersten Epoche. Und wie viel Prozent wir hier haben. Also das ist eigentlich ein ziemlich geiler Output gewesen. Den habe ich auch wirklich von dem Beispiel kopiert. Wir sind jetzt hier in der Trainingsepoche 7, 8 und so weiter. Und wir sehen, unser Loss ist jetzt wirklich hier auf 0,22 oder sowas unten. Also wirklich sehr, sehr gut. Allerdings auf den Trainingsdaten vergesst das Ganze nicht. Also es dauert schon eine Weile. Wir sind jetzt hier bei Epoche 8. Und das Netz ist jetzt auch nicht so riesig. Aber ja, es geht schon recht schnell, muss ich sagen. Gut, evaluieren können wir das Ganze eh nicht. Deswegen breche ich das jetzt hier mal ab. Und das war es für dieses Tutorial. Erstmal ein sehr, sehr langes Tutorial. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem sehr gut gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.